17 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist Radio Rheinwelle mit der Sendung des Rosa-Luxemburg-Clubs Wiesbaden. Am Mikrofon ist Michael Forsbohm. Ich begrüße Sie alle zu einer Sendung, die sich zunächst dem Altbau der Dr. Horst-Schmidt-Kliniken widmet. Ich hatte vor zwei Jahren, genau gesagt am 1. Juli 2021, die Gelegenheit, Herrn Prof. Dr. Matthias Müller, Kunstgeschichte der Universität Mainz, zu interviewen, genau zu diesem Thema, was soll mit dem Gebäudekomplex der Dr. Horst-Schmidt-Kliniken passieren, welche Gesichtspunkte aus der Sicht des Architekten, aber auch des umweltbewussten Menschen sprechen für diese oder jene Lösung. Dazu spiele ich jetzt das 2021 aufgenommene Interview mit Herrn Prof. Dr. Matthias Müller, Universität Mainz, ein. Während der Neubau der Dr. Horst-Schmidt-Kliniken fortschreitet, hat eine öffentlich geführte Diskussion um die Zukunft der von 1976 bis 1982 gebauten HSK begonnen. Soll sie nach bereits 40 Jahren wieder abgerissen werden? Oder sollte nicht erst geprüft werden, ob der Gebäudekomplex erhalten werden sollte und für Wohnungen, Geschäftsräume und soziale Einrichtungen umgebaut werden könnte und sollte? In einem offenen Brief haben sich bereits 2019 der Diplom-Ingenieur Oliver Elser, Kurator des Deutschen Architekturmuseums Frankfurter Mainz und Prof. Dr. Matthias Müller, Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Architekturgeschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, der gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz ist, an die Landeshauptstadt Wiesbaden gewandt. Ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Professor Müller. Guten Tag, Herr Forstbohm. Herr Professor Müller, warum möchten Sie den Gebäudekomplex der HSK vor dem Abriss bewahren? Ja, Herr Forstbohm, das mag zunächst auch aus Wiesbadener Perspektive merkwürdig erscheinen. Ist ja Wiesbaden doch eine Stadt, die für die Gebäude und Bauwerke aus dem Jugendstil und Historismus berühmt geworden ist. Und da möchte man jetzt ja mit, denke ich, ja merkwürdigen Argumenten plötzlich einen Gebäudekomplex bewahren und vor dem Abriss retten, der erkennbar aus einer ganz anderen Zeit, nämlich aus der Nachkriegsmoderne stammt, die wir auch zu Recht ja doch auch mit tiefgreifenden Einschnitten in die gewachsene historische Stadt verbinden, mit radikalen Betonbauten und so weiter, die auch von den Proportionen alle Maßstäbe sprengen. Und das ist auch nicht falsch. Und deswegen muss man sich diesem Thema auch mit viel Differenziertheit zuwenden. Und wir, Herr Elsa und ich, haben deswegen Klarstellung bezogen zum Erhalt der Dr. Horst Schmidt-Kliniken, weil wir meinen, dass sie nicht nur ein Zeitzeuge darstellen, ein bestimmtes Zeitdokument für einen Bereich der Architekturgeschichte, der gerade jetzt wiederentdeckt wird, der auch gerade aus denkmalpflegerischer Sicht entdeckt wird, nämlich die Zeit der 60er bis 80er Jahre, die für viele von uns, die auch schon etwas älter sind, eben mit dieser Betonarchitektur in Verbindung stehen. Und wir darüber aber häufig vergessen, dass sehr qualitätsvolle, auch skulpturale Architektur damals entwickelt werden konnte, die weit über das Gros der gesichtslosen Containerbauten, die wir häufig damit assoziieren, auch gerade wenn wir an Trabantenstätten denken, hinausreichen. Und gerade diese Dr. Horst Schmidt-Kliniken gehören nun zu der qualitätsvollen Sorte von nachkriegsmoderner Architektur mit expressiven Elementen, die an Flughafengebäude erinnern, die an Weltraumarchitektur erinnern oder eben auch an den Versuch, historische Architektur wie Festungsbauten in die Betonarchitektur zu transformieren. Und damit geben sie etwas zum Ausdruck, was wir wieder entdecken müssen, nämlich einen bestimmten Fortschrittsoptimismus gerade dieser 70er, 80er Jahre, dass man auch noch an das Primat der Technik glaubte und mit Beton vor allen Dingen versuchte, große gestalterische Leistungen in der Architektur zu realisieren. In Wiesbaden gibt es da nicht viel von. Das ist richtig. Und diese Dr. Horst Schmidt-Kliniken, schreiben Sie, seien also ein einzigartiges Ensemble der Nachkriegsmoderne in Wiesbaden. Genau das ist der Punkt. Also wie gesagt, Wiesbaden, Jugendstil, Historismusstadt, im Kern zumindest dann darum herum einige gesichtslose Trabantenwohnstädte. Umso mehr ragen diese Kliniken heraus, weil sie eben für Wiesbaden, ich würde jetzt nicht sagen im bundesweiten Maßstab, da gibt es auch vergleichbare qualitätsvolle Architektur, aber für Wiesbaden und letztlich auch für Hessen doch in besonderer Weise diese von mir gerade skizzierte Zeit der Nachkriegsmoderne mit ihrem Fortschrittsoptimismus und auch diesem Wunsch mit Beton, einem Material, aus dem man ja sehr viel machen kann bekanntermaßen, mit skulpturalen Effekten auch künstlerische Architektur selbst für Funktionsbauten zu errichten, darstellt. Und Sie müssen sich vorstellen, eine Klinik ist wirklich ein Funktionsbau par excellence. Das hätte man nicht nötig gehabt, derartige Gestaltungsqualitäten hineinzubringen. Und wenn man sich alleine das Anlieferungsgebäude mit dieser skulpturalen Ästhetik, die wir von Flughäfen, die ja wirklich die Fortschrittsarchitektur par excellence darstellen, vergleichbar sind oder auch diese turmartigen Risalite der Kinderklinik, dann merken Sie, dass hier wirklich der Wille zu einer Gestaltungsabsicht auch vorhanden war, über die Funktion hinaus. Ja, aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Sie schreiben in Ihrem offenen Brief, ich zitiere, der Abriss eines gerade erst 40-Jährigen in seiner Bausubstanz noch soliden Gebäudekomplexes und die Neubebauung bedeuten einen doppelten Verbrauch an Ressourcen. Was meinen Sie damit? Also das eine ist sozusagen, dass wir uns einer Zeitschicht entledigen, die in den nächsten Jahrzehnten auch als Denkmalqualität immer mehr erkannt werden wird, auch durch die jüngere Generation. Also das heißt, da haben wir eine historische Verantwortung. Das andere ist tatsächlich auch eine ökologische und auch eine Verantwortung gegenüber dem Bestand. Ich würde es mal so zusammenfassen. Die Klimaschutzdebatte kreiste bisher immer um Mobilitätsfragen, Umbau der Stadt hin zu einer fahrradgerechten oder auch fußgängergerechten Stadt. Es ging um erneuerbare Energien, um Gebäudedämmung und so weiter. Was wir aber gar nicht beachtet haben, war der enorme Ressourcenverbrauch von gerade Betonarchitektur. Das heißt, wenn Architektur aus Beton einmal steht, dann ist die Energie gebunden. Wenn ich sie wieder abreiße, sorge ich schon mal für Ressourcenverbrauch. Auch wenn ich dann wieder neu baue, erst recht, weil Beton und Stahl, Stahlbetonarchitektur weltweit, das hat auch die UN mittlerweile berechnet, 38 Prozent des CO2-Eintrags der Emissionen ausmachen. Das ist eine ungeheure Zahl, weshalb immer mehr Architektinnen und Architekten darauf hinweisen, dass wir viel stärker im Bestand bauen müssen. Das heißt, umbauen, verändern, aber nicht immer abreißen. Das können wir uns schon aus Klimaschutzgründen in Zukunft gar nicht mehr leisten. Ich habe gerade noch bei der Vorbereitung der Sendung gelesen, dass ein großer Anteil des Abfalls in Deutschland im Grunde Bauschutt ist. Richtig. Und das kommt noch dazu. Ja, das muss deponiert werden, das entweder auch zermahlen und das kostet auch wieder Energie. Also ein ganz anderer Energieverbrauch als etwa Holzarchitektur. Deswegen kommt ja auch die Holzarchitektur zunehmend auf den Markt, das für größere Bauten, weil sie eben CO2 bindet und erstaunlicherweise auch immer feuerfester durch bestimmte Konstruktionstechniken gestaltet werden kann. Also Brandschutzprobleme immer marginaler, also immer geringer werden und selbst Hochhäuser schon aus Holz denkbar sind, die man dann verkleiden kann. Und man sieht unter Umständen gar nicht das Holz. Also Beton wird immer mehr hinterfragt werden müssen als Baumaterial in der Zukunft, gerade für den Wohn- und auch Funktionsbau. Darf ich da noch eine Frage anschließen? Beton entsteht ja nicht sozusagen im Labor, sondern hat ja auch materielle Voraussetzungen. Woraus besteht denn Beton? Was wird dafür abgebaut? Und wie groß ist der CO2-Eintrag, der allein durch die Entstehung oder durch das Herstellen von Beton geschieht? Ja, alleine auch schon, indem ich eben diese verschiedenen Erden- und Sandformationen beziehungsweise Qualitäten sicherstellen muss. Es ist der Mischprozess und es ist eben neben dem Beton an sich, deswegen hatte ich den Stahl ja genannt, auch die Herstellung von Stahl. Das ist ja sehr energieintensiv. Betonarchitektur ohne Stahl funktioniert nicht, ist sozusagen nicht tragfähig, sodass also neben der Produktion des Betons durch die Gewinnung der Rohmaterialien, Herstellung der Mischung und eben auch dem Transport auf die Baustellen zusätzlich auch das Einbringen des zuvor zu produzierenden Stahls entweder als Gewebe oder als Stahlträger mitzubedenken ist. Und diese Mischung zusammen, also diese beiden Komponenten Beton und Stahl ergeben den hohen Energieverbrauch bei der Produktion von Betonarchitektur. Ich komme noch auf ein ganz aktuelles Thema. Wir haben jetzt ja vor den Toren der Stadt Wiesbaden eine baufällige Betonbrücke. Wiesbadener erinnerten sich an die schrecklichen Bilder aus Genua. Das hätte uns um ein Haar auch geblüht. Ich glaube, man sollte doch differenzieren. Irgendwo ist Beton vielleicht auch unverzichtbar. Irgendwo muss dann die Belastbarkeit durch ständigen Autoverkehr wie bei der Schiersteinerbrücke, die jetzt gerade mit Beton natürlich neu gebaut wurde. Natürlich denkt man nach der Sprengung auch wieder an eine Betonbrücke über das Salzbachtal. Ist Beton denn vielleicht in dem Bereich unverzichtbar? Sollte man deswegen vielleicht im Wohn- oder Baubereich die Alternativen besonders hervorstreichen? Also Herr Forsten, damit ich nicht missverstanden werde, ich habe nicht davor jetzt für eine Holzbrücke als Ersatz für die Salzbachtalbrücke zu klicken. Genau, darauf kommt es mir jetzt an. Nein, nein, das wäre, sondern im Straßenbau kommen wir um Beton gar nicht herum. Wir werden auch bei manchen Hochhäusern nicht um Beton- und Stahlkonstruktionen, Stahlträgerkonstruktionen herumkommen, siehe Frankfurt. Aber das ist ja nicht das Gros der Bauten. Ja, die meisten Verwaltungsbauten sind weit unter der Höhe von solchen Hochhäusern oder auch der Wohnungsbau ist nicht notwendigerweise in Proportionen zu planen, die Betonbauten statisch notwendig machen. Also ich will darauf hinaus, dass ich gar nicht Beton verteufel, aber dass wir differenzierter an die Planung herangehen müssen, was die Materialien anbelangt. Und eben Holz, was lange etwas verpönt war, was man immer nur im Fertighaussektor verortet hat oder eben für reine, ich sag mal schuppenartige Hallen gebauten, dass man erkennt durch die modernsten Technologien, die mittlerweile eingesetzt werden bei der Konstruktion. Da ist die Schweiz auch führend, auch Skandinavien, Österreich und auch in Süddeutschland gibt es fantastische holzverarbeitende Betriebe im Architekturbereich, dass man erkennen muss, man kann ganz perfekte Gebäude, den man zum Teil gar nicht ansieht, dass es eine Holzkonstruktion besitzt, damit errichten. Und was auch geht, ist übrigens eine Mischkonstruktion. Ein Kern aus Beton, wo es notwendig ist, etwa für ein Treppenhaus oder Fahrstühle und drumherum wiederum eine Holzkonstruktion. Da gibt es auch in den Niederlanden tolle Beispiele. Also ich will darauf hinaus, mit Kreativität und der modernen Technologie lässt sich mit Holz wesentlich mehr machen als noch vor vielleicht 20 Jahren. Da gibt es nun einige Stimmen aus der Fachwelt der Architektur, die auch das Umdenken signalisieren, es muss nicht immer ein Neubau sein. Kennen Sie denn Beispiele aus der Region für eine erfolgreiche Umnutzung von Bestandsgebäuden? Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema. Also wie gesagt, der Holzbau bezieht sich ja auf den Neu- oder Umbau. Aber wenn es um Bestandsbauten geht, kann man natürlich auch Betonbauten durch Betonanbauten ergänzen oder umbauen. Und da kann ich auch gerade was den Kliniksbau anbelangt, also leer gewordene Kliniken, auf das nahegelegene Mainz verweisen. Hier ist das katholische Klinikum mit seinem Mutterhaus vor kurzem freigezogen worden. In einen Neubau ist das katholische Klinikum umgezogen und das alte Gebäude, das aus einem historistischen Bauwerk von 1900 und einem modernen Hochhaus aus den 60er Jahren bestand, ist zu Wohnungen, die gerade fertiggestellt wurden, umkonzipiert worden. Und gerade dieses 60er Jahre Hochhaus hat sich hervorragend geeignet, um in dieser Struktur Luxuswohnungen sogar, ja, es müssen gar nicht mal primitive, einfache Wohnungen sein, man hat das ganze Spektrum von sozialem Wohnungsbau bis Luxuswohnungsbau in diesem Hochhaus untergebracht, ein Paradebeispiel, wie sowas gelingen kann. Und auch mit tollen Ergänzungen, geschwungenen Balkonen, die überhaupt nicht mehr an die Kliniksfunktion denken lassen. Weitere Beispiele wären in Frankfurt-Sachsenhausen, das ist ein ehemaliges Bürogebäude in der Walter-Kolb-Straße, was umgebaut wurde. Und wenn wir nochmal an Kliniken denken, dann kann ich Berlin und Ulm und auch noch Braunschweig nennen. Es gibt also verschiedene bereits vorhandene Beispiele, wo Kliniken, gerade der Nachkriegsmoderne, erfolgreich in Wohnungen umgewandelt, in Wohnungsbauten umgewandelt wurden. Ja, dann sollten wir vielleicht auch mal unsere Augen ein bisschen auf diese guten Beispiele der Umnutzung richten und eben auch neu nachdenken über die Erhaltung des Gebäudekomplexes der HSK, wie Sie auch eingangs sagten, die Zeit geht schnell vorüber und urplötzlich ist ein Bau, der lediglich als Zweckbau wahrgenommen wurde, dann doch plötzlich im Visier auch der Architektur als eines Teils der Kulturwissenschaften und der Kunstwissenschaft, die Sie ja in Mainz vertreten. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Müller, für Ihr Interview hier auf Radio Rheinwelle und ich freue mich, dass ich Sie hier kennenlernen konnte und unseren Hörerinnen und Hörern haben Sie einen großen Gefallen getan, indem Sie Ihre Expertise gegeben haben. Vielen Dank, Herr Professor Müller. Ich danke Ihnen, Herr Forsburg, für die Gelegenheit, Ihnen ein bisschen eben diese Darstellung liefern zu können und auch durch einen Einblick zu Ihnen zu können. Vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sprach soeben mit Herrn Professor Dr. Matthias Müller, Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Architekturgeschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Herr Professor Müller ist gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz. Ja, das war die Einspielung eines zwei Jahre alten Interviews, dem hat man wohl nicht angemerkt, wie alt es war. Es ist ein aktuell, ein ganz brandaktuelles Thema, gerade auch in unserer Zeit, denn laut Beschluss vom Juni 2019 seitens der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Wiesbaden besteht in Wiesbaden Klimanotstand. Was bedeutet das? Klimanotstand? Ja, ganz einfach, alle Entscheidungen, alle Projekte und Prozesse der Stadt und ihrer Gesellschaften sollen unter den Vorbehalt des Klimaschutzes gestellt werden. Alle klimarelevanten Vorhaben, Projekte und Prozesse sollen identifiziert, hinsichtlich ihrer Klimafolgen bewertet und mit Blick auf ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele sowie auf Optimierungspotenziale und gegebenenfalls Kompensationsmöglichkeiten geprüft werden. Es sind klimafreundlichere Alternativen zu entwickeln und gegen konventionelle Lösungen abzuwägen. Nun, also, liebe Hörerinnen und Hörer, als hätte das Stadtparlament im Juni 2019 vorausgesehen, dass es jetzt im Jahr 2023 eine erneute Diskussion um die Frage des Fortbestandes des Altbaus der HSK geht. Ins Rollen gebracht, jetzt in diesem Jahr, hat die Sache die Fraktion der Linken im Rathaus, sie hat eine entsprechende Anfrage an den Magistrat gestellt. Vielen Dank. Vielen Dank.